Hi, ich bin Brooke Burke. Ich spiele Rachel Teller in Need for Speed Underground 2. Im Spiel eine Rennfahrerin darzustellen, hat mir viel Spaß gemacht. Aber auf der Straße fahre ich immer vorsichtig und verantwortungsbewusst. Rennen solltet ihr wirklich nur in Underground 2 fahren. Und denkt immer daran, euch anzuschnallen und euch an die Straßenverkehrsordnung zu halten. Rennen solltet ihr wirklich gut sein. Rennen solltet ihr wirklich gut sein.